so und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück und ja müssen wir gucken wie wir das jetzt machen irgendwo dort ist ein geschütz und das gefällt mir nicht denn es erwischt uns die ganze zeit und das finde ich kacke also muss ich herausfinden wo das verrückte ding ist da ist es so was Also irgendwas hier Hm Nicht gut Aber wie gesagt, es wird nichts mehr repariert Das ist halt echt Von Vorteil, aber Wir sehen auch alle anderen Fraktionen Also die Bösen Die lieben uns anscheinend, aber Ich würde jetzt mal eins machen Wo sind sie denn Die hier Nee, nein Wer mag uns nicht so davon gehen Junkers Kann ich denn nicht den Krieg erklären Ja, komm Ja, krieg ich denn Das dauert aber gerade Und was haben wir da Ein Motor Und tief in tief Ein Geschütz wahrscheinlich da drinne Will ich mal ganz spontan sagen Ich gehe mal eins nach unten Ja, siehst du, das ist das, was ich meine Nein, da ist dann schon Scheiße Oh, oh, da war irgendwas Oh mein Gott, es kam nach unten Sind das die, die mir den Krieg erklärt haben Nein, bitte nicht Das sind die anderen Oh, scheiße Ah, verdammt Ich glaube, wir kriegen Wir kriegen ganz böse, böse Besuch Also zumindest ist es Ich brauche Munition Was hat die Vulcan Rifle für Munition Die hier Machen wir erstmal für jedes Geschütz eins Das ist, ähm Nein, glaube ich, ganz okay Wenn ich mich nicht dabei selbst töte Genau, so Ups, vorsichtig Ja, und schon die anderen beiden noch Oh Mann Dann haben wir zumindest ein bisschen Feuerkraft, ne Sehr schön Das ist jetzt echt nah rangekommen auf einmal, ne Interessant, warum es das getan hat Hm So Okay, also wir haben Da noch was, was ankommt Also zumindest kommt es nicht näher So wie das Okay Ich finde das Also ich empfinde es gerade als Ein bisschen bedrohlich, aber Puh Egal Die werden garantiert Schutzschilder haben Ich wette drauf Oh wei Ach ja, stimmt ja Ich habe ja keinen Ach, ist das so uncool Naja, zumindest haben wir hier die rollende Festung Die uns zumindest etwas Feuerschutz gibt Ach, verdammt, ich habe ja keinen Keine Flasche Mist So, warte Na, machen zwei Stück das Sollte reichen Dann kann ich damit ein bisschen länger fliegen Also sie kommen wirklich nicht näher, ne Wobei das Ding hier Oh doch, jetzt bewegt es sich Aber fliegt weg Okay Interessant, warum fliegt es weg Hm Komisch, was war das? Soll bloß warten Ich will noch auf es schießen Es ist weg Nee, aber es ist ziemlich schnell So, wir haben zehn Schuss Das ist jetzt nicht wirklich viel, ne Wenn man das mal so überlegt Ah, ich glaube das Hat auch ein Schutzschild Sonst würde man nämlich treffen Und ähm, entsprechend Böse Bewertungen kriegen Von hier Oh, jetzt sieht ganz gut aus, ne Nein Ach, verdammt Wir haben zu viel Munition definitiv Ich muss echt gucken Dass wir eine Munition machen Verdammt Warum haben wir keinen großen Orbitalgeschütz Oder sowas Nee, aber das hat ja nicht angezeigt Von wie so hier Beliebtheit oder sowas Bei der Fraktion Okay, das andere ist jetzt näher dran Oder was? Ja, da ist irgendeins Hallo Ich fliege da mal vorbei Arrowhead Okay Lustige Namen haben sie auf jeden Fall So, dann jetzt einfach mal so Da muss ich ein bisschen krummisch fliegen gerade Ich möchte gerne nämlich Ups Wir sind schnell unterwegs, ne Eigentümlich Ich möchte mich gerne so nah wie möglich hier ran Super Einfach ein bisschen geschützter zu sein, aber Hm Kommt aber keine näher Noch nicht zumindest Hm Tja, was machen wir da hinten mit dem Ding, ne Wir können halt nur wirklich versuchen Hinzufliegen und Entsprechend noch ein bisschen mehr kaputt zu machen Das wäre so eine Möglichkeit Weil waffentechnisch werden wir das nicht so richtig schaffen Ich habe das zumindest kein gutes Gefühl im Moment Hm Hm Ja Mal gucken Vielleicht fehlt uns ja noch was Tolles ein Schön